Der ägyptische Fußballverband hat die angebliche politische Instrumentalisierung von Stürmer-Star Mohamed Selle während der WM durch Tschetscheniens autoritären Republik-Chef Ramshan Kaduro zurückgewiesen. Der tschetschenische Präsident hat als Fan Selle willkommen geheißen und nicht als Präsident, meinte Verbandschef Hani Aburaida am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Kairo. Die Tschetschenen sind Moslems und sie haben einen muslimischen Spieler gefeiert, der gut in der Premier League war. Selle ist ein Phänomen geworden, das alle Menschen glücklich gemacht hat. Da schon nach der Vorrunde ausgeschiedene Ägypten hatte als einziger WM-Teilnehmer sein Teamquartier im früheren Kriegsgebiet im Nordkaukasus bezogen. Kaduro ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und mehrere Male Medien wirksam mit Selle vom FC Liverpool ablichten. Bei einem Festessen am Freitagabend ernannte ihn der Republik-Chef auch zum Ehrenbürger. Angeblich soll Selle nun sogar über einen Abschied aus der Nationalmannschaft nachdenken. Dem 26 Jahre alten Nationalhelden soll missfallen haben, wie er von Kaduro instrumentalisiert worden sei, wir haben es aber vorgezogen zu bleiben, Verbandschef Aburaida verteidigte zudem die Wahl des umstrittenen Teamquartiers. Sie habe nichts mit politischen Dingen zu tun gehabt, versicherte er. Das Hotel in Grosny sei nahe zum Trainingsplatz und zum Flughafen gelegen. Die Entscheidung habe auch Nationaltrainer Hektor Kupra mitgetragen, von dem sich der Verband nach dem Vorrundenaus jedoch getrennt hatte. Nach den Berichten über politische Probleme und den Missbrauch von Menschenrechten in Tschetschenien hatten wir die Möglichkeit, das Quartier in Grosny zu verlassen, sagte Aburaida. Wir haben es aber vorgezogen zu bleiben, um die ägyptisch-russischen Beziehungen nach Kontakten auf höchster Ebene zu beschützen. Kritiker werfen Kaduro vor, seine Macht auf Angst und Gewalt zu stützen. Menschenrechtler bringen ihn mit Mord, Folter und Entführungen in Verbindung. Die FIFA hat uns nicht danach gefragt zu gehen, also sind wir geblieben, sagte Aburaida zum Thema Teamquartier in Grosny weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017